Vorsichtige Schritte in ein neues Leben. Jeden Tag absolviert der 16-jährige Volodymyr den 20-Minuten-Marsch von seinem Heimatdorf in der Südukraine zu diesem Sportplatz. Das Training hilft ihm sehr. Sport gibt mir Selbstvertrauen und verhindert, dass ich trinke oder rauche. Ich lebe gesund. Das macht mich selbstbewusst, um z.B. einem Mädchen zu helfen, wenn sie beleidigt wird. Bei Kriegsausbruch ging Volodymyr an eine nahegelegene Schule. Seine Mutter war gestorben und sein Vater war nicht in der Lage, sich um ihn und seinen Bruder zu kümmern. Die beiden warteten gemeinsam mit 13 anderen Schülern und dem Rektor darauf, evakuiert zu werden. Aber ihre Stadt wurde von den Russen besetzt und jetzt holten Soldaten die Kinder ab. Ich hatte nicht nur Angst um meinen Bruder, sondern auch um all die anderen Kinder. Ich hatte Angst, dass wir beschossen werden, dass das Haus, wo wir uns versteckt hatten, einstürzt, dass wir es nicht nach draußen schaffen. Ich hatte Angst um alle. Am Anfang hielten die Russen sie im Haus gefangen, aber als sie herausfanden, dass der Rektor ihre Flucht plante, wurden sie alle verlegt. Zuerst ging es in russisch besetztes Gebiet in der Ukraine, danach in ein Lager nach Russland. Es gab einige pro-russische Kinder, die nicht in die Ukraine zurück wollten. Ich war aber mit denen befreundet, die zurück nach Hause wollten. Aus Sicht der Angehörigen waren Volodymyr und die anderen wie vom Erdboden verschluckt. Ihr Onkel machte sich große Sorgen. Wir wussten nicht, wo sie sind oder was mit ihnen passiert ist. Es gab nur Gerüchte, dass sie irgendwo gesehen worden waren. Aber es gab keine verlässlichen Informationen. Ein Jahr später wurde Roman von einer ukrainischen Gruppe von Freiwilligen kontaktiert. Sie erzählten ihm, dass seine Neffen mit den anderen Kindern in Sicherheit gebracht worden seien, in die georgische Hauptstadt Tiflis. Details dieser Rettungsaktion sollen wir geheim halten, damit auch andere Kinder so gerettet werden können, die noch in russischer Gefangenschaft sind. Sie standen neben mir. Ich konnte sie anfassen. Nach so langer Zeit konnte ich sie endlich sehen. Ich kann gar nicht beschreiben, wie es mir ging. Sie stehen mir so nahe. Sie sind nicht mehr so fröhlich, wie sie einmal waren. Sie haben sich irgendwie zurückgezogen. Sie tragen immer noch diese Angst in sich, als sie im Keller saßen, als sie von den Soldaten nach Russland verschleppt wurden. Das hat tiefe Spuren in ihrer Seele hinterlassen. Die gewaltsame Deportation von Kindern wie Volodomir und seinem Bruder ist ein potenzielles Kriegsverbrechen, möglicherweise sogar Völkermord. Die russische Regierung behauptet, die ukrainischen Kinder seien vor dem Krieg in Sicherheit gebracht worden. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat jedoch wegen der Verschleppungen einen Haftbefehl gegen Präsident Putin erlassen. Volodomir will das alles nur noch hinter sich lassen und hofft auf eine bessere Zukunft. Ich will Reiseführer werden und die Welt kennenlernen. Oder sowas ähnliches. von Dr. Untertitelung des ZDF, 2020